Unsere vierbeinigen Begleiter lieben es, auf Spielzeug zu kauen, Leckerlis zu fangen und zu fressen. Doch werden die Zähne nicht gepflegt, leidet die gesamte Gesundheit daran und unsere Freunde werden zu Maul stinkern. Vier von fünf Hunden über drei Jahren leiden unter parodontalen Erkrankungen. Um das zu verhindern, wurde die EmiPet entwickelt. Biofilm und Zahnbeläge, welche zu Zahnsteinen und Erkrankungen führen, werden durch die EmiPet ganz ohne Schrubben entfernt und Bakterien reduziert. Die Ultraschallwellen dringen beim Putzen tief in Zahn und Zahnfleisch ein und lösen mit Hilfe der EmiPet Zahncreme, die mit Mikrobläschen angereichert ist, tiefsitzende Verunreinigungen auf. Was benötige ich? Die EmiPet Ultraschallzahnbürste, einen der Bürstenaufsätze, die EmiPet Zahncreme und ein Glas Wasser. Die Gewöhnungsphase Gewöhne deinen Vierbeiner erstmal an die Zahnbürste, Streichel seine Schnauze und seinen Hals, um so ein Vertrauensgefühl aufzubauen. Mit dem Belohnungsprozess in Form von beispielsweise Leckerlis, machst du es ihm noch etwas schmackhafter und für dich einfacher. Lass deinen Vierbeiner die Zahncreme vom Finger decken. Bisher schmeckt vielen Hunden unsere Zahncreme. Die Anwendung Feuchte die Zahnbürste etwas an. Trage etwas Zahncreme auf den Bürstenkopf auf. Halte nun die EmiPet für 5 bis 10 Sekunden auf die Fangzähne. Mit etwas Druck auf den Unterkiefer hat dein Vierbeiner weniger Chance, die leckere Zahncreme abzuschlecken. Und jetzt auf die Schneidezähne. Als nächstes sind die Backenzähne an der Reihe. Jetzt macht Kauen wieder Spaß. Gesundheit beginnt im Mund.